Okay, warte. Das liebe ich ja. Das liebe ich ja, wenn jetzt schon wieder so einen Matzenwind nehmen. Sich vor die Kamera stellen. RIP. RIP-Aktion. Hola, ¿cómo estás? Me llamo, Basti. Hi, hi, hi. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Hardcore Games. Zusammen mit dem Saske. Guten Abend. Also wir haben gerade auch schon auf Kramp versucht, bei ihm eine Runde aufzunehmen. Also die sollte auf jeden Fall jetzt auch noch verlinkt sein. Die könnt ihr euch dann auch noch angucken. RIP. 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 Als ob du jetzt vor mir da bist. Ich werde auf jeden Fall irgendwas verlinken. Wenn, ist es einfach nur Saske sein Channel. Aber da wird irgendwas zu finden sein auf jeden Fall. Und wir schneiden als, okay, acht Eisen und neun Gold. Also ich werde euch auf jeden Fall was zusammenschneiden in diesem Video. Deswegen, wenn es euch gefällt, könnt ihr gerne eine positive Wertung da lassen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Und yes, you know how it is. RIP. LOL. Wir haben den Sam Skin. Ja, ohne Kommentar gehst du einfach so einen 2-Gon rein. Wenn das so ein richtiger Tryhide, dann muss ich immer rein. Okay, jetzt kommt noch der nächste. Wahrscheinlich suchen die jetzt alle nach dir. Ich wollte nicht sein Target. Nein, nein, nein. Boxer. Okay, mona war mein Stift. Ach, ich helfe dir mal lieber, ne? Brocks auch hier drin. Ja. Verdouppelt Boxer. Pass. Okay, es wird grenzlich. Ich komme ja nicht so einfach raus. Bist du das Problem gerade bei mir? Ja, ich auch nicht. Leider hatte ich auch nicht so viele Pilze. Das war das Problem, was ich am Anfang hatte. Man, ja, aber sie gehen halt straight auf mich. Das hat wieder. Problem ist, ich habe gar keine Supes. Ich versuche gerade rauskommt. Loyal Rip. Mann, ist das gar nicht abfuckt. Da kommt die Feuerwehr. Moin. Das wird brenzlig. Sorry, mein Aimbot hittet dich manchmal. Ja, das ist kein Ding. Und vielleicht an dembei ein bisschen Eisen fahren. Man muss... Ui, beim Kämpfen. Ja, jetzt komm mal. Jetzt guckst du blöd. Ja, jetzt guckst du blöd. Pulli. Ich ziehe dich. Ich ziehe dich nämlich jetzt aus. Stehst du? Weil es ein Pulli war. Das ist fast schlecht. Okay, wie siehst du bei dir? Okay, ich habe... Loyal. Loyal. Was? Einfach Buster kommt aus dem Nichts. Nein. Äh. Ja, weil wir kämpfen heute gar nicht mehr in der Spezialkülle. Ja, stimmt. Ich hätte jetzt eigentlich schon ein bisschen mehr erwartet von dir, Buster. Dass du mal richtig spitz wie in eine Spitzsacke reingehst. Rip the Dream. Wip. Auch hier geht es ja eh direkt weiter. Ähm, Achilles. Pass auf. Zwei Achilles. Mach dir Holzschwetter. Oh, ich habe kein Holz. Das machen wir einfach rauf. Nein. Loyal. Hä? Hast du ihn? Äh, hast du eine Holzspitzsacke? Dann würde er so... Loyal. Hä? Was war das gerade? Hä? Ist er gestorben? I don't know. But I don't care. Wip. Pass auf. Stomp. Alles klar. Finde ich gespannt. Macht keine Scheiße. Nein. Nein. Loyal. Ich bin Antidauer. Achso, stimmt. Voll vergessen. Ich dachte schon, wie... Er geht da schon ein bisschen mutig rein gerade. Nein. Oh, er wird halt... So zack geschlittet. Ich finde den Nerf auf jeden Fall richtig... Ähm... Genius. Bist du geht, Triss. Voll okay. Nice. Moin. Boah. Das Blockmaster. Boah. Das Blockmaster. Boah. I'm sorry. I'm sorry. Wip. Go, Amigo. Komm. Oh, ich wollte ihn gerade noch... Äh, irgendwie tat er mir jetzt leid. Ich war voll gemein. Die sind zwei andere. Oh Gott. Als ob das ein Dreierteam war. Warte, ich kriege den erstmal hier oben. Leute. Oh, oh. Er kassiert. Wo bist du? Du willst Siegzucker? Nein, nein, nein. Ich habe den Recruit verkackt. Ich bin tot. Ich bin tot. So, second try. Das ist, was gerade passiert ist. Hat keiner gesehen. Bar's Kappa. Wir versuchen jetzt einfach nochmal... Ein schickes Win-Ründchen reinzuholen. Wir machen es auf jeden Fall safe call. Also, second try. Mit 70 Leuten knapp. Also, schön gefüllt hier. Wie... Keine Ahnung. Vergleiche ich halt mir jetzt gar nicht so ein. Wip. Ich habe der leckt. Er hat auch so ein... Er hat... Ich schwöre, er hat so ein Skin wie so ein BR. Das sind alles diese BR-Skins. Man weiß einfach, wenn du den Skin schon siehst. Diese verwirrten einfach. Ich. Weil man baut noch weiter Pilze ab, so wenn man weglauft. So, ja. Oh ja, ein bisschen noch was dazu holen. Ja, wahrscheinlich merkt man ja gar nicht, dass es angegriffen wird. Hauptsache, er hat einen Rang. GG. Er ist auch ein Kank. Ich glaube, er hat mit dem Team geteamt. Ja, Mann. Alles klar. Soll das so sein, dass ich den sehen kann? Ja, ja. Ich bin ein Säger. Ich kann ihn killen. Ich kann ihn ernsthaft killen. Kann der mal abhauen? Ja. LOL. Wip. Pass auf. Oh. Oh, lol. Das sind die... Viking. Das sind die, die... Ja, das sind die... Das ist ja nämlich die gleiche. Oh mein Gott. Und das sind die... Ich schwöre, das ist ein Dreierteam. Das sind jetzt wieder die beiden, die mich gekillt haben und Easy geschrieben haben. Wo ist der Typ? Bei dir? Ja. Oh, ich habe ihn halt. Ja, dieser Viking, ne? Viel non. Okay. Er hat halt einfach... Einfach non. Also, Leute. Ernsthaft. Ich glaube, der Server ist kaputt. Als ob er mich da rein-knockt. Er ist selber runtergefallen. Typ, ne? Der Spectator macht Screenshots neben mir. Wip. Er kriegt ganz normalen Schaden in Boxer. Also... Okay. Hat mich jetzt auch gewundert, dass er das noch länger ausgehalten. Mann, Junge. Das verwirrt mich krass, wenn er jetzt hier mal runterkommt. Wip. Wip. Ich spreche auch noch zu dir. Ja, das Magma. Das sind beide Magma. Wer spielt denn Doppel-Magma, Mann? Okay, das ist ja nie. Achso. Weiß sie. Toll. Er ist unten. RIP-Kuh. Die Kuh stirbt. Okay, der ist tot. Unhöflich, Alter. Ja. Wip. Dead. Dead name. Vor allem dann einfach dieser Steve-Skin dazu. Wie es so aussieht. LOL. Ey, ich sag's dir. Das Fies spawnt immer in diesen Bayon. Bayon. Yo. Oh. Hier ist nur ein Enderman. Oh mein Gott, das Fies ist auf einer höheren Plattform. Ich versuch's. Oh mein Gott, Madman ist so okay. Ja, ich seh's gerade. Okay, ich kann kängern. Du musst einfach auf die Bäume. Ja, ich seh's. Okay. Nein, oh mein Gott. Nein, was? Alter, damn Tactic Play, Alter. Okay, ich glaub wir müssen wegwählen und noch Eisen fahren. Wer hat das Fies? Oh mein Gott, als ob die das Fies haben. Mmmmm. So ne Scrambles. Wip. Alles mit. Soll ich kommen? Weil ich hab den anderen. What? Ey, ey, Mann. Das ist nicht euer Ernst. Hier ist noch ein nackter. Okay, der ist sehr kurz. Der ist in der Höhle mit mir. Äh, der war gerade hier, ja. Da bin ich. Oh, du bist ja okay. Die Full Dias sind draußen. Die sind unterwegs. Ey, wie viel Recroft hat der Box? Ich hab Nero. Back. Ich hab ihn. Okay, Speed Potion. Ich hab zwei Dias. Ich hab noch ein Mini Feast. Als ob. Hier ist ein Ambus immer. Ja, nimm mal den mit. Aber, ne. Klar, lass OP-Schwert machen. Leute, die Full Dias sind da. Die Full Dias sind bei dir. Echt? Oh mein Gott. Über der Schlucht. Der hätte mich fast gestompt, Alter. Master incoming. Nein, jetzt bist du noch ingespringen, oder was? Ja, musste ich. Mich halt jetzt nicht alleine lassen. Lag? Warte. Kannst du weghängen, ja? Soll ich raus, oder was? Du kommst auch nicht? Ja, geh raus, geh raus. Ja, ich komm da raus. Du musst einfach nur weghängen, ja. Okay, ich hau ab, ja. Also, willst du nicht der Anti-Mate sein, aber wenn, wenn, sag Bescheid, dann lass einfach euer Hinweis. Ich kann dich doch nicht... Was? Okay. Henry Crawford hat gerade mega viel Bug. Ja, keine Ahnung, jetzt hab ich mich halt voll verpiss, das halt auch behindert. Wip. Oh mein Gott, das wird jetzt sehr knifflig, jetzt hier. Richtig aus, Moven. Loy. Achso. Loy. Was? Egal, ganz echte Blöcke. Ich fick den jetzt einfach. Gut, komm gut. Oh, er hat noch. Nevermind. Rip the dream. RIP.